Hey Aho! Hey Hey Ho! Ja, vierter Teil dieser lustigen Serie mit Fußeffektengeräten und ich habe heute nach den Delays und den Verzerrern und den Modulationseffekten nochmal drei andere Dinger aus der Kiste gekramt, die ich selber häufig benutze. Häufig. Ist ja auch mal ganz spannend, was der ISO so. Und ihr könnt ja mal gucken, das ist ein Tremolo, ich glaube mit dem fange ich auch an. Ein OC2 Octaver von Boss. Eigentlich soll niemand wissen, dass ich den habe, weil sonst glaubt mir den einer. Und ein SYB3. Na, gucken wir einfach mal. Ein Tremolo macht nichts weiter als ein Lautstärkeschwanken. Ich mach's mal an, das Ding. Der Sirt leider ein bisschen hat nicht rausgefunden, woran das jetzt liegt. Müssen wir jetzt durch. Na? Wenn man so Surfmusik macht oder dann ist das ganz geil irgendwie. Ich finde es auch persönlich super schick, wenn man so Klangteppiche legt. Ich mach die mal. Es gibt einfach Dafür finde ich den super gut. Ganz einfacher Effekt, der viel bringt, wie ich persönlich finde. So, die zwei anderen Jungs hier, die sind sehr speziell. Fangen wir mal mit dem Octaver an. Der macht tatsächlich genau das, was er verspricht. Ich hab drei Knöpfe. An dem einen steht Oktave 1, an dem anderen Oktave 2. Und in der Mitte steht Direkt Level. Und tatsächlich hab ich mein Original-Signal. Eine Oktave drunter und zwei Oktaven drunter. Der Oktaver generiert, wie wir jetzt gleich hören, einen Basston unter das Signal, das ich rein spiele. Und ich finde das total geil, gerade bei der Ukulele, die ja eigentlich keinen Bass hat, dass man ab und zu mit so einem Oktaver ein bisschen Bass erzeugen kann. Was man bei so einem Oktaver, also zumindest bei diesem Gerät, beachten muss, ist, der erzeugt einen Ton. Ich mach mal den hier weg und das Original-Signal auch weg. Dann... Der kann nicht zwei Töne. Dann entsteht sofort Schlamm. Und so richtig lustig kommt das immer nur, wenn man das so etwas unten drunter legt, um... Okay, das ist ein Oktaver. Benutze ich tatsächlich ziemlich viel. Zum Beispiel meine ganze Produktion von Anti-Zombie-Maschine. Da sind ziemlich viele synthetische Sachen drin, die so nach Bass klingen, die aber in Wirklichkeit Ukulele sind. Apropos synthetischer Bass. Bass-Synthesizer. Das sagt ja eigentlich schon alles. Dieses Ding ist damals ein ziemlicher Knaller gewesen. Ist, glaube ich, einer der ersten Bass-Synthesizer, die rausgekommen sind. Ich mach den jetzt einfach mal an, so wie er eingestellt ist. Und wir gucken mal. Dann gibt es hier noch, und das finde ich persönlich ganz geil, solche Tiva-Modi. Das ist ein Filter, der im Prinzip mit meinem Anschlag aufgeht. Oder dasselbe in die andere Richtung. So, aber das Ding hieße nicht Synthesizer, wenn er nicht genauso wie der Octaver auch einen Ton erzeugen könnte. Ich stelle ihn einfach mal auf den ersten Synthesizer-Modus. Das ist jetzt ein synthetischer Ton, der hat mit meinem Original-Signal nichts mehr zu tun. Der wird einfach... Aber wenn man Pac-Man auf der Bühne spielen möchte, dann ist das ganz geil. Ja, der ist... Ich mach die Resonanz mal ein bisschen runter. Und vor allen Dingen hier den Sensor ein bisschen runter. Also das wäre jetzt ein Bass-Synthesizer. Inzwischen gibt es relativ viele von diesen Dingern und die funktionieren in manchen Fällen auch besser. Aber tatsächlich benutze ich bei dem Gerät hauptsächlich diesen Tiva. also das... Das Vava-Effekt. Und diesen Wave-Shaper finde ich persönlich auch sehr geil. Das ist so, wenn man eigentlich so was Verzerrtes haben will, aber es dann doch irgendwie keine Verzerrung sein soll. Den finde ich schon echt... Den finde ich schon fett. Jut, jut. Das war das. Ich hoffe, diese kleine Serie an Fußeffekt-Geräten, Kleinigkeiten, hat euch geholfen. Wenn ihr mehr solche Videos haben wollt, dann abonniert meinen Kanal oder empfehlt mich weiter oder gebt mir ein Like. Und wenn ihr Fragen oder Wünsche habt, dann haut das runter in die Kommentare. Das beantworte ich euch ja sehr gerne. Ein Video wird es noch geben, das ist aber dann eine ganz andere Baustelle. Das ist das Thema Vava-Pedal. Wer mich kennt, weiß, das liebe ich sehr, wie man damit auch ein bisschen spielt. Weil das Vava-Pedal hat nichts zum Drehen und Regeln und fällt eigentlich aus diesen ganzen Fußeffekten so ein bisschen raus, weil es größer ist und man muss drauf rumtreten. Umtreten so etwa. Gut. Wir sehen uns bald. Macht das gut. Tschüss.